Ich bin Raul, der Teaser von Chaparro und mein Essen gibt's in Cantini. In Chaparro gibt's eine mexikanische Küche und wir bieten Tacos, Burritos, Quesadillas und natürlich auch haben wir eine vegane Alternative. Das Besondere an unserer Küche ist, dass wir frische Zutaten verwenden. Typische mexikanische Küche und ganz viel Liebe.